Das ist ja voll wichtig. Ja, voll wichtig. Warum nicht? Ja, weil die alle Arme hier sitzen. Ohhhh. Warte, erst das nicht? Gibt's doch gar nicht. Erst das lesen, ja? Schmoko. Schleuch. Schleuch. Helmut übertreibt mich. Oh mein Gott. So, da fehlen mir die Worte. Was soll ich bei Größe? Der Schlafzeit scheint wirklich. Ach, alle haben untersteht. Tschö. Mach die Kamera auf. Oh, ich soll schmarten mit am Mittwoch. Nein, mach das jetzt. Du musst noch mehr machen. Nicht schon wieder filmen hier. Mensch. Ja, mach ich nicht rum hier. Warte, ich muss meine Brille aussehen. Was kommt dann? Nein, ich weiß nicht. Ich komme nicht rum hier. Direkt, super.